Ey, ihr Penners, Alter. Langsam reicht mir die ganze Scheiße hier, die den ganzen Tag passierten und nicht einmal auf Twitch hat man seine Ruhe vor diesen ganzen verfickten Hater-Kiddies, Alter. Man kann nicht mal ein Matchmaking spielen, denn sehen wieder irgendwelche Leute in dem Matchmaking, dass ich in Streaming bin, über 100 Zuschauer und alle müssen Faxen machen. Aua. Auf jeden Fall ist das echt nervig. Selbst Donations sind nervig. Immer wieder spenden irgendwelche Leute 2 Euro und machen dann 1000, 1000 Sternchen oder irgendwelche anderen Sternchen, 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 Sternchen. Dann liest der scheiß Bot das 100 Stunden vor, Alter. Alter, das tut mir langsam zu viel hier, Alter. Ihr wollt halt wirklich, dass ich mit der ganzen Scheiße aufhöre, oder? Übertreibt es einfach nicht, sonst bin ich irgendwann weg. Das schwöre ich euch, Alter. Und dann habt ihr keinen Boss mehr, der gut beatboxen kann. Oder ganz einfach mal in der Lage ist, in Double Time gut freeze to stylen, Digger. Aua. Digger. Und verkackt es einfach nicht mit mir, ja? Verkackt es einfach nicht. Habt ihr mich verstanden? Habt ihr mich verstanden? Lass das einfach sein. Okay, mein Arm tut weh und deshalb werde ich das jetzt auch wieder beenden. Okay. Okay.